Musik am Krabbel Musik am Krabbel ist die Verbindung von Wissen und Praxis. Wir wissen ganz viel über Musik, wir lernen ganz viel über Musik und wir machen auch ganz viel Musik. Dafür brauchen wir immer Geld und Fördermittel, denn Musik am Krabbel macht viel, viel Spaß. Musik am Krabbel Das Besondere an Profil Fachsport ist die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für das Fachsport. Man kann mit ihnen im Vergleich zu anderen Klassen Dinge viel schneller erledigen und insgesamt dann noch auf einem höheren Niveau. Das ist das, was Sportklassen so auszeichnen wollen. Musik Das Kunstprofil lebt in erster Linie von den kunstinteressierten Schülern und den engagierten Lehrern. Entsprechende förderliche Rahmenbedingungen wie ein extra Kunstbereich sowie jedes Jahr im KunstlK gewährleisten eine umfassende Förderung im künstlerischen Bereich. Freiwillige Angebote unterstützen das unterrichtliche Angebot und sind allen Schülern zugänglich. Das ist Kunst am Krabbel. Und das auch. Mehr über uns könnt ihr auch auf der Homepage erfahren. Musik 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 Musik